Vorlage in Vorbox Hochschule, Träger fehlt Vorlage in Vorbox Hochschule, Professoren fehlt die Technische Universität Darmstadt ist die erste autonome Universität der Bundesrepublik Deutschland. Mit fast 27.000 Studierenden und 4.500 Beschäftigten, davon ca. 300 Professoren, zählt sie zu den mittelgroßen Universitäten in Deutschland und gehört dem Universitätsverbund der TU9 an. Seit 2005 ist sie als familienfreundliche Hochschule zertifiziert. Geschichte Die Polytechnische Schule zu Darmstadt wurde am 10. Oktober 1877 durch Verleihung des Titels Technische Hochschule zu Darmstadt von Ludwig IV. Großherzog von Hessen und bei Rhein in den Universitätsstatus erhoben. Damit erfolgte auch eine Änderung der Aufnahmebedingungen, die nunmehr das Abitur voraussetzten. 1899 wurde der TH Darmstadt von der Landesregierung das Promotionsrecht zuerkannt. Um den Universitätsring zu verdeutlichen, änderte die Technische Hochschule am 1. Oktober 1997 ihren Namen in Technische Universität. Anfänglich litt die TH Darmstadt unter finanziellen Engpässen im armen Großherzogtum Hessen, sodass nach 1876 bereits 1881-1882 ein weiteres Mal über eine Schließung im Hessischen Landtag debattiert wurde. Durch den Einsatz einiger Persönlichkeiten im Umfeld der Hochschule sowie durch die Verantwortlichen der TH selbst gelangt deren Rettung. Die Hochschule und die Regierung wagten einen Schritt nach vorne und gründeten 1882 die weltweite erste Fakultät für Elektrotechnik, den heutigen Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik. Ihr erster Professor wurde Erasmus Kittler, der 1883 den ersten Studiengang für Elektrotechnik überhaupt einrichtete. Die dadurch ansteigende Zahl der Studierenden verhinderte die beabsichtigte Schließung. Als weitere Studienfächer kamen Papieringenieurswesen und die Luftschifffahrt- und Flugtechnik hinzu. 1895 wurde das neue Hauptgebäude durch den damaligen Rektor, den Geologen Karl Georg Richard Lepsius eingeweiht. Insbesondere der Studiengang Elektrotechnik zog viele ausländische Studenten im Wesentlichen aus Osteuropa an. So waren 1906 knapp 75 Prozent aller Studenten der Elektrotechnik ausländische Studenten. Anfang des 20. Jahrhunderts kam es zu einer weiteren baulichen Erweiterung der TH. So entstand 1904 der sogenannte Pützer-Turm gegenüber dem Hauptgebäude. Zwischen 1904 und 1908 wurden von dem Architekten Georg Wikup ein Maschinenhaus an der Magdalenstraße erbaut sowie das Hauptgebäude in nördlicher Richtung erweitert. 1908 wurde auch der Westflügel des Hauptgebäudes bezogen. Siehe auch, im Ersten Weltkrieg sank die Zahl der Studierenden auf eine Rekordtief von ca. 300. Auch etwa die Hälfte des Lehrkörpers war zeitweise für den Kriegsdienst eingezogen worden. Zehn Lehrende und 245 Studierende verloren im Ersten Weltkrieg ihr Leben. Die Namen der Gefallenen wurden auf einer Brossetafel festgehalten, die im Eingangsbereich des Hauptgebäudes platziert wurde. Nach einem Entwurf von Heinrich Walbe wurde zudem 1919 ein gefallenen Denkmal errichtet, das sich am nördlichen Rand des Hochschulstadions befindet. 1918 gründete sich die Vereinigung von Freundinnen der Technischen Hochschule Darmstadt. Intention war es, finanzielle Mittel VR, aus der Wirtschaft zur Unterstützung der notleidenden Hochschule nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zu erhalten. 2013 hatte die Vereinigung 2700 Mitglieder und ein Vermögen von ca. 2 Millionen Euro. In den Jahren 1922-23 entstanden der Neubau für die Gerbereichemie in der Schlossgartenstraße für Edmund Stiersny sowie das dahinter gelegene Hochspannungslaboratorium für Waldemar Petersen. Für beide Gebäude, die aus Mitteln von privater Seite finanziert wurden, war Heinrich Walbe als Architekt verantwortlich. 1933 wurde auch die TH Darmstadt im Zuge der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten gleichgeschaltet. Die Auseinandersetzungen mit den neuen Machthabern kulminierte in der sogenannten Lisa-Affäre im Frühsommer 1933, die zu einer zeitweisen Schließung der Hochschule führte. Zahlreiche Wissenschaftler wurden unter Bezug auf das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums entlassen. Darüber hinaus verloren einige jüdische Wissenschaftler ihre Stelle und wurden gezwungen ins Exil zu gehen. Auf der Professorenlebene waren dies U.A., Erich Aaron, Hans Bärwald, Ernst Beck, Josef Plenk und Edmund Stiersny. Auch zahlreiche Mitarbeiter wie B. Maria Dora, Stefan Grazstein, Paul Leser, Klaus Federn oder Kurt Leyen, wurden aus rassischen Gründen oder unter Hinweis auf ihren jüdischen Glauben aus der Hochschule gedrängt. Auch der mit einer Jüdin verheiratete Gerhard Herzberg, dem 1971 der Nobelpreis für Chemie verliehen wurde, verließ deswegen die TH Darmstadt. In der Nacht vom 11. auf den 12. September 1944 wurden ca. 60 zu 80% von Darmstadt durch einen britischen Bombenangriff zerstört. Darunter litt auch die im Zentrum liegende Technische Hochschule in besonderer Weise. Die Zerstörung vieler Hochschulgebäude wurde in einer Bildersammlung von Ernst Sörlinger festgehalten. Mit dem Einmarsch der Amerikaner am 25. März 1945 wurde die TH zunächst geschlossen. Einzelne Gebäude bzw. Liegenschaften, die weitgehend unzerstört waren, wurden von den Amerikanern beschlagnahmt. Dazu gehörte das Institut für Fernmeldetechnik von Hans Busch, das Tintel-Institut am Herngarten, das Hochschulstadion und der Windkanal. Auf Antrag des bereits am 28. April 1945 gebildeten dreiköpfigen Vertrauensausschusses aus den Professoren Wilhelm Schlink, Erich Reulow und Maximus vom November 1945 wurde die TH am 7. Januar 1946 wiedereröffnet. Bereits 1947 fand der erste Kongress für Ingenieursausbildung statt. Ein Wiederaufbau in größerem Umfang setzte erst nach der wirtschaftlichen Genesung des Landes Hessen Anfang bzw. Mitte der 1950er Jahre ein. Organisatorische Voraussetzung für den Wiederaufbau war die Schaffung des staatlichen Hochschulbauamtes im Juli 1949. Erster Leiter des Amtes wurde auf Vorschlag des Kultusministeriums Herbert Trimpel, der bereits 1949 verschiedene Wiederaufbauvarianten vorschlug. Christoph Miller bis 1951 und Friedrich Holz haben danach an der Wiedererrichtung der Hochschulgebäude einen maßgeblichen Anteil. Friedrich Holz leitete das Amt bis zusammen Ruhestand 1963. Erste äußere Anzeichen des Wiederaufbaus waren die Sanierung der Otto-Bernd-Halle 1951, 52. mit MCC-Leumitteln, der Bau des Deutschen Kunststoffinstitutes 1954, 55. mit Mitteln aus der Privatwirtschaft, der Bau der Stöferle Halle 1954, der große Physik-Kursaal 1958 sowie der Bau der ersten Institute des Bauingenieurwesens ab 1955 durch Theo Peps und Günther Koch auf dem ehemaligen Altstadtgelände östlich des Schlosses. Zu diesen Gebäuden gehörte auch die 1954-55. errichtete Wasserbauhalle von Ernst Neufert. Seit den 1960er Jahren VR, aber in den 1970er Jahren wurde gefördert durch ständig steigende Studentenzahlen. Der Ausbau der Wissenschaftseinrichtung an verschiedenen Standorten, die seit dem 1. Oktober 1997 den Namen Technische Universität Darmstadt trägt weiter vorangetrieben. Seit dem 1. Januar 2005 ist die TU Darmstadt als erste deutsche Universität weitgehend autonom. Es werden seither neue Entscheidungsstrukturen erprobt. a. Kann die Hochschule den Haushalt und die Liegenschaften selbst verwalten und selbstständig mit Professoren über ihr Gehalt und ihre Ausstattung verhandeln und sie ernennen. 2010 erhielt die Technische Universität zudem die Dienstherreneigenschaft und die Arbeitgeberfunktion. Seitdem werden die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von der TU selbst geführt und nicht mehr vom Land Hessen. Die Beamten sind zudem Beamte der Universität und nicht des Landes. Als erste staatliche Universität hat die TU 2012 eine Betriebsrente für angestellte Professoren eingerichtet. Damit wird die Gleichbehandlung der Professoren gewährleistet. Im Jahr 2005 konnte die Universität aus eigenen Mitteln den ehemaligen Militärflugplatz bei Griesheim erwerben, der unmittelbar an den Campus Windkanal angrenzt. Der Flugplatz wurde unter Naturschutz gestellt, kann aber in gewissem Umfang zu Forschungszwecken genutzt werden. Forschung und Förderung an der TU Darmstadt Die TU Darmstadt war 2007 und 2012 in der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder erfolgreich und konnte sich so einen Teil der ausgeschütteten Gelder sichern. Seit 2007 werden die Graduierten Schule Graduate School of Computational Engineering Beyond Traditionals I und der Exzellenzcluster Smart Interfaces gefördert. 2012 ist zusätzlich die Graduierten Schule für Energiewissenschaft und Energietechnik eingerichtet worden. Zudem ist die TU Darmstadt am Exzellenzcluster die Herausbildung normativer Ordnungen der Universität Frankfurt und an dem Public-Private Partnership House of It beteiligt. Im Juli 2010 hat die TU Darmstadt fünf Forschungscluster definiert, die das wissenschaftliche Profil der TU Darmstadt prägen. Center of Smart Interfaces Thermofluid-Dynamik und Verbrennungstechnologie Moderne Materialien und Werkstoffe Teilchenstrahlen und Materie Integrierte Produkt- und Produktionstechnologie Futur Internet Forschungscluster versteht die TU Darmstadt als umfassende wissenschaftliche Netzwerke, die eine hohe nationale und internationale Sichtbarkeit aufweisen. Darüber hinaus hat sie drei Forschungsschwerpunkte eingerichtet. Adeptronic Computational Engineering Stadtforschung Unter Forschungsschwerpunkten werden abgestimmte wissenschaftliche Verbundaktivitäten verstanden, die im wissenschaftlichen Profil der TU Darmstadt deutlich sichtbar sind.